Das Messias, wo ich Jesus responde, all mundo de hoy, bringt die die Hoffnungswirtschaft mit Redner Walter Niefeld. Liebe Frinnen, liebe Bräder, liebe Sester, sind Sie mutig oder sind Sie trurig? Ich finde das sehr interessant, was Gottes aus Philippus dem Kämmerer vom Morenland deypt bedeutet. Die Bibel sagt, nachdem er ge-deypt wird, wird Philippus von Ambas genommen, in einer anderen Städte. Aber dies Mann, wenn ich trurig, die Bibel sagt, dass dies Kämmerer vom Morenland, mit Frieden sind, weiß ich wieder nicht. Seltenmal, wenn man sich von wem tränen mag, ist man nur eine Frau. Möchtens ist man immer trurig, dass man auf muss gönnen, dass man sich auf muss tränen. So, sie hat sich für ein paar Stunden tschänen geliebt. Sie hat etwas mit Gott erlebt. Das Mensch hat sich bezieht, hat sich tauffelut. Nun würde sie doch tschänen, taub wieder tränen. Nee, jeder muss sie in Weich wieder gehen, aber mit Frieden. Worum wäre eine Friede? Weil sie da ging mit Jesus wieder. Philippus ging mit dem Geist Gottes wieder. Die Kämmerer vom Morenland ging mit Jesus am Hut wieder. Der Geist Gottes wird beahmen. Sie wäre nicht allein. Manchmal mögen wir uns im Leben von Menschen tränen. Manchmal verliebe ich ein Freund. Oder manchmal auch in eine Gemeinde. Manchmal muss man einfach in eine andere Städte gehen, wo Gott an seine Hand schänt. Aber wir können mit Frieden gehen. Und wir können auch mit Frieden die anderen gehen lassen, weil sie da gehen geht, wo Gott ihn hier aufhaut. Weil sie wird nicht allein sein. Gott wird mit ihm sein. Der Geist Gottes wird mit ihm sein. Jesus sagt, dass er wird bei uns sein, jeden Tag, was die Welt erinnert. So wie wir können darauf vertrauen. Dankeschön, Herr Jesus, dass du immer bei uns bist. Dass du uns die Frieden hast. Die wahre Frieden. Mit Menschen gehen wir manchmal eine Städte auf dem Leben taub. Nicht immer sind wir taub, bleiben wir auf dieser Städte. Wir haben verschiedene Verantwortung, verschiedene Beräupungen. Vorher machen wir uns auf Tränen von jemanden. Und wenn wir mit ihnen wissen, wenn wir mit ihnen gehen, dann gehen wir mit Freiheit gehen. Willst du jafst uns der Freiheit? Wir beten dir in dem Namen, Jesus. Amen. Bei dem nächsten Mal. Mit hoffnungsbotschaft.